Und wenn die rot werden, hihihi, ich hab mich wieder aufgepasst, dann kann ich sie nicht angreifen. Ja. Au, au. Äh. Hab ich dir das erlaubt? Komm, wer hat rot. Das rote Zweck. Und so kann man inkluser Attacken führen. Oh, ist das toll. Komm, hol mal ein kleiner. Du musst ihn nur in die Ecke drängen und dann ruf. Außer man lässt... Außer man lässt sich hier jedes Mal wieder von Feuer treffen. Was hältst du meine kleine zweite Person da unten denn? Einfach mal davon, wenn du hier mal hochkommst, hm? Ja, dankeschön. Ja, die Feuerdinger, da muss ich noch ein bisschen schauen. Das gefällt mir noch nicht ganz so. Krieg ich den nicht so erwischt? Nee, ist zu kurz. Boah, der hat zwei Lebensbalken. Ist das fies! Hör auf, zwei Lebensbalken zu haben. Und könnt ihr jetzt beide mal bitte zusammenbleiben? Danke. Hä? Hä? Hörst du jetzt wohl auf damit? Nein, 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 nein. Habe ich mich eigentlich auch doch? Was ist das? Oh, kleine süße Engelchen, was machen die? Äh, okay. Ich habe eine neue schöne Attacke entdeckt. Und, äh, die lässt einfach sozusagen kleine Fallen über. Hast du auch so was? Was ist das? Juppe. Okay, it's Hammer time. Ihr habt es ja nicht anders gewollt. Äh, hallo? Könntet ihr jetzt bitte aufhören, mich hier rumzuschubsen? Danke. Ey, wo kam denn jetzt die zweite Olle mit einmal her? Hört auf damit, habe ich euch gesagt. Hör auf! Denkt nicht mal dran. Ne, sonst mache ich hier Puppentheater. Wie viel kann ich davon auslassen? Fünf, sechs. Och, ich mache hier einfach eine ganze Armee. Ach, irgendwann fangen die dann auch an zu arbeiten. Okay, komm, lauf rein. Nein! Och, das ist... Ja, genau, genau! Wisst ihr was? So. Und so. Jetzt reicht es aber mal hier. Ja, ich benutze jetzt ausnahmsweise mal meinen Ultran. Was mir gerade ein bisschen auf den Senkel geht. Ich will hier nicht sterben. Ey, wie halten die aus? Das sind kleine Bosse. Also zumindest bis zum zweiten Boss möchte ich mich jetzt hier vorkämpfen. Und dann mache ich wieder einen Schnitt. Ja, und die zweite Boss sieht hier erst dann später. Ist das gemein oder ist das gemein? Ich finde es gemein. Aber ihr kennt das ja von mir. Ich bin gerne gemein. Ich weiß nicht, ob man mich so nennt, aber jetzt, ja. Ich habe mir jetzt selber einen Namen verpasst. Der wird mich hier wahrscheinlich die ganze Zeit über begleiten. So, komm her. Komm, komm, komm. Nö, 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 nö. Wir lassen dich mal da reinlaufen. Haha. Ist noch mehr, soll ich ja super Kombos? Moment. Wir müssen ihn treffen. So, okay. Sie macht das immer so relativ nah und doch weiter entfernt von sich. Na ja, das war jetzt meine Übungsrunde. Ich muss ein bisschen noch mit der, mit der, so üben, ne? Ihr wisst, was ich meine. Coupling Point 2. Ich hoffe, das bringt auch was, dass ich dadurch stärker werde, je mehr Coupling Points ich habe. Schön wär's ja. Eventuell kriege ich aber weniger Schaden oder so. Das wär cool. Nein, denk nicht mal dran, Olle und Nuss. Ähm, wechseln. Setzen. Nein. Oh, und pfff, genau. Fiss dich. Das ist... Es ist ätzend, Leute. Wenn drei Mädels aufeinander stehen, ne? Wie soll ich da die richtige erkennen? Ich. Ausgerechnet ich. Ja, warum bewegt sich meine Charakter eben gerade so komisch oder beziehungsweise warum mache ich mal kurz ruhig? Ich habe, äh, ja, ein bisschen mit der Steuerung umgespielt, um eventuell noch mehr kleine, superfinishing, dupermoves hinzukriegen oder rauszufinden. Ne, das Hajuken, das besitze ich ja jetzt hier gerade, ja. Auch ich habe irgendwann mal Street Fighter und so gespielt. Äh, was war das? Na gut, das kann ich ja schon. Moment. Hier. Ach, scheiße, es geht ja nicht von ganz unten. Oh, so... Ich bin so dumm. Hm, da fällt mir eben gerade was auf. Ich kann dir die ganze Zeit deine Ecke halten. Ist zwar ein bisschen lame, aber, äh... Ich komme damit eben gerade klar, ihr auch. Moment. Hier steht ja eben gerade alles so schön in einer Ecke. Oh, ey, diese kleinen, süßen Bunny-Mädchen. Hört doch einfach auf, damit immer alles zu überleben zu wollen, zu tun. So, jetzt möchte ich einmal ihren Special Finishing Move da sehen. Buh. Oh, okay, und es hat so... Da ist ein Roter dabei. Da ist ein fucking Roter dabei. Und der ist sehr aggressiv, wie ich ihn gerade fand. Okay, komm her. Nein, 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 nein. So, und jetzt... Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich verschwende den Ultra. Oh, das war knapp. Nein, das machen wir jetzt, ähm, unstylischer von hier unten. Muss ihn dafür zwar nehmen, aber das ist egal. Ich kann hier unten schön in Ruhe bleiben, also alles gut. Ich weiß, es ist lame, aber... Was soll ich machen, Leute? Wenn ich da hochgehe, werde ich sofort wieder angegriffen und erschlagen und fertig gemacht. Und angebummst und gehopst und gedingenst und gebummst. Hat der ja eben gerade gesehen. Ach ja. Hauptsache, Schiri den Gegner vereinfachen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Was kommt jetzt? erstmal schöner Mond so schönes Hintergrundbild könnte man das nehmen nein Kaku ja keine Ahnung vier Formen zwei Gegner aha 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 I like it genau und beide macht beide gleichzeitig irgendwann ja aha okay dem kann ich hier rechts unten ausweichen das ist schon mal gut zu wissen hört der auch irgendwann auf hallo hallo ist das Spiel jetzt gehabt habe ich jetzt das Spiel gehackt oder was oder muss ich hier rein ich versuche es einfach mal jetzt ich gehe jetzt mal ausnahmsweise probe einfach da rein oh mein Gott okay dann liegt es jetzt gleich wieder los den muss ich dann ausweichen ja ich habe hier jede Menge Spielraum Leute weil besonders hier steht dann in so einem echt minimal kurzen Zeitraum äh Attack nein jetzt ist sie tot boah ey das wird ein Spaß Gegner obwohl der ist eigentlich sogar machbar ja das waren jetzt nur die Einfahntreffer war das egal Moment gut reingeglitscht ich weiß nicht ob man das so machen kann oder ob man das ein Glitch nennen kann keine Ahnung nein ich habe doch die Attack Taste gedrückt ich habe zwar kein Continuum mehr aber ich kann den Boss jetzt üben also die erste Form Schwierig ich sehe aber eben gerade was aber das probiere ich das nächste Mal aus ich bin Hello1986 und Let's Challenge Mystical Chain Bis zum nächsten Mal Bye Bye